Hey Leute, mein persönlicher Impfstoff ist aus und ich erreiche meine Täterin nicht. Um hinterm Bahnhof Nummer 9, um meinen persönlichen Impfstoff zu kaufen. Ich also denke, na, was mache ich? Ich habe die Nummer vom Impfzentrum hier rausgesucht und gedacht, vielleicht könnt ihr mir was von dem Unterspritzen. Also, ich angerufen. Halalala. Hört sich Anna. Wie alt sind sie denn? Ja, 51? Okay, ich bin zwar tot, aber so alt nun doch nicht. Also, spritzt euch euren Scheiß doch alleine. Na, Gott, 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 Gott. Gott!